Achtung! Das nachfolgende Video kann Spuren von abgetrennten Beinen oder Köpfen, Blut oder Zombies enthalten. Sollten Sie schwanger sein, Angst vor Zombies haben oder einen Herzschrittmacher besitzen, sollten Sie das nachfolgende Video nicht anschauen. Moin Leute, euer Bang Sound wieder hier und es geht weiter mit dem Geschnetzel bei Dead Island Riptide. Ja, ich wollte hier eigentlich wie angesprochen erst einmal die Nebenquest machen. Jetzt hat mich hier das Fähnchen ja vorhin erst einmal hier wieder zu der Mainquest hingeführt, die ich dann natürlich erstmal zu Ende gemacht habe. Ich bin jetzt hier an so einem komischen Strand, wo, keine Ahnung, ein paar Häuser stehen und natürlich Zombies zum Meshen sind. Aber was ich jetzt hier erstmal machen werde, ich werde mich mal ein bisschen umgucken, ein paar Sachen einsammeln, Knete suchen, gucken, dass ich Waffen finde und vielleicht mal das ein oder andere Upgrade für meine Waffen. Ja, er kämpfen kann. Und natürlich wie hier suche ich nach Kisten, um meinen Drang zu stellen. Oh, 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 ich glaube das geht nicht so gut. Also wieder runter. Ich glaube, so ein Hüpfer von da oben kann mich mal sofort, ja, selbst zum Zombie machen, indem ich denn verrecke, weil der nur noch als Futter da rumliege. So, wir wollen aber mal gucken, ob wir mal hier eben die Nebenquest einstellen können. Ah, da haben wir jetzt auch ein Missionsziel verfolgen. Ach du meine Güte, die ist ja meilenweit weg. Ja, dann werden wir unsere Pläne wohl doch mal ein bisschen umschmeißen und da mal hinlaufen. Ja, schrei mich an! Ach, Pisser, oh Gott, oh Gott, oh Gott, daneben. Dafür war das ein Treffer. Ja, genau, was willst du eigentlich machen, ey? Joa, ich würde sagen, die 500 Meter, die kann ich auch laufen. Sofern dir nicht gleich noch ein Vehikel rumsteht. Oh nein, das ist so ein Dicker. Joa, Mann, was willst du machen? Mal eben eine neue, eine neue Waffe nehmen. Ja, komm schon. Was habe ich denn jetzt gemacht? Alles klar, Raserei scheint das zu sein, wie auch immer ich das gerade gedrückt habe. Ähm, ich glaube, ich habe nur STRG gedrückt. Aber mal geil, das zu wissen. Ihr merkt gerade angefangen noch nicht so ganz den Plan, wie ich das hier auf den PC zocken kann, weil damals den ersten Teil habe ich nämlich schön auf der Xbox durchgezockt. Und ich muss mich noch so ein bisschen an die Steuerung hier gewöhnen. Oh. Ich höre ihn. Habt ihr ihn gehört? Dieses scheiß explodierende Pisser. Uah. Ja, du siehst echt nicht mehr so toll aus. Was ist das denn? Ich habe... Irgendwie buckt das gerade hier. Ja, aber kein Plan, kein Plan. Es geht. Dafür kann ich dir mal eben die Birne zerballern. Alles klar. Ich habe da aber jetzt eigentlich mal so eine Frage an euch. Was haltet ihr eigentlich davon, dass bei Dead Island die Gegner ebenfalls mit euch mitleveln und das nie schwerer, beziehungsweise leichter wird das Game? Kein Arm mehr. Schreibt mir doch eure Meinung mal eben in die Kommentare. Würde mich freuen, würde mich freuen, würde mich freuen, wenn ihr da eine Meinung zu abgebt. Ich persönlich habe da nicht so wirklich was gegen. ist es natürlich schade, dass es nicht so ist, wie in allen anderen RPGs. Es ist halt was anderes. Es ist immer gleich schwer, aber mir persönlich geht es hier nur darum, die Pisswichser hier einfach nur abzumetzeln. Auch wenn sie mich das eine oder andere Mal schon gekillt haben. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr da mal was in die Kommentare zuschneidet, wollte ich gerade sagen. Weil ich dem Piss ja gerade mal den Arm abgeschnitten habe. Ich wollte sagen, schreibt. Oh, Knetel und ein Scheißhaus. So. Ich höre hier aber immer noch diesen... ...dreckigen Pisser. Den ich mir gleich mal schnappen werde. Aber... Erstmal... So. Ah. Nicht mit mir. Abgeschnitten, ey. Ja. Einfach ein absolut geiles Game. Ich verstehe gar nicht, wie man sowas in Deutschland nicht rausbringen kann. Es ist doch ein Spiel, was für Leute konzipiert ist, die 18 sind. Wieso können wir es denn trotzdem nicht spielen, obwohl wir dieses Alter ja erreicht haben? Fragen, mit denen man sich oft auseinandersetzen muss, dass man Games in Deutschland leider nicht so bekommt, wie in anderen Games. Das Geld fließt dann halt in andere Länder und bleibt nicht bei meinem Game-Dealer hier direkt vor Ort. Was schade ist, weil ich eigentlich alles hier direkt vor Ort auch kaufe. Aber so ein Game kann ich mir halt hier nicht kaufen. Also fließt das Geld halt nach Österreich. Für mich persönlich nicht so schlimm. Für den Herrn, äh... Der sein Geld damit verdient, anderen Leuten Games zu verkaufen. Wahrscheinlich schlimmer. Äh. Ich hab kein Einbrechen. Egal. So. Dann geht's gleich mal weiter. Und zwar in... Die Richtung nach vorne ist ein schönes Vehikel. Aber ich werd mir eben nochmal meine Waffe in die Hand nehmen. Ja. Da ist ganz gut. Und dann geht's gleich weiter. Ja. Ja, dich bockse ich eben weg. Bam. Oh, wieder keine Energie. Dafür gibst du einen Tritt in die Fresse. Was machst du? Auf die Kiesche, du Pisser. Pisser. Ich hasse euch alle. So. Ich wette, bei der Hauptquest muss ich dann gleich wieder meilenweit nach hinten hier hinfahren, wo ich gerade war. Aber das stört mich nicht. Bam. Umgefahren. Uah. War ich richtig? Ja, ich glaub ich war richtig. Einmal hier hoch. Ich glaub ich muss wieder ganz am Anfang und in die andere Richtung laufen. Und das werden wir auch machen. Und da unten ist der Strahl. Und da unten ist der Strahl. Wirklich zu erdecken. Ich glaub das kommt noch nachher, wenn wir da sowieso hinkommen. Gehen wir wieder zurück auf unsere Mainquest. Ja, war doch klar. Ich muss wieder dahin. Wo ich sowieso schon war. Dann haben wir hier gleich immer einen kleinen Ausflug gemacht. Auch nicht schlimm. Uns ein bisschen die Map angeguckt. Ein paar Zombies umgefahren, so wie es sein soll. Ja, und gleich geht's weiter. Ob es hier wieder auch schöne Erfolge gibt, indem ich hier ein paar Zombies ummähe, kann ich mir gut vorstellen. Leicht verdiente EP und viel Spaß. Und den nehm ich. Alles klar, alles klar. Bis jetzt ist noch niemand verletzt. Und euch beiden nämlich auch mögt. Oh, eine ganze Mäute. Ah, da ist jemand drauf. Den werde ich gleich mal retten. Deine Mutter. Ich hasse Touristen. Es werden immer mehr Leute. Aber ich mach sie trotzdem alle. Ach, das gibt's doch gar nicht. Echt mal, lauf weg, du Pisser. Du weißt ganz genau, was ich erwarte. Das kann doch nicht sein, ey. Ach, kacke. Meine Waffe ist ja kaputt. Komm schon. Und auf die Birne, Alter. Und noch mal. Und dir auch. Ach, ich verstehe. Ich will nur nicht sterben. Ich will nur nicht sterben. Nein. Ach, das ist doch alles scheiße. Ich wollte doch einfach nur nicht sterben. Ich will doch nur gewinnen. Komm schon, dich mach ich jetzt aber platt. Zack. Pisser. Kopf ab. Und ich hab gewonnen. Ja, holen wir uns eben noch schnell die Knete. Wird wohl auch wieder Knete sein. Dies is for you. Dies is for me. Und zack. Fängt es an zu regnen. Es ist dunkel. Genau so soll es sein. Ich glaub auch. Ah. Tausend Bugs für mich. Denn I'm rich. So, ich würd noch sagen, ich fahr eben noch schnell zu dem Punkt, wo ich hin soll. Zu dem Fähnchen. Oder muss ich da hinlaufen? Ah, ich glaub, so weit fahr ich jetzt gar nicht. Und dann würde ich gleich nochmal einen Cut machen. Ja, ich kann gleich wieder aussteigen. Geil. Das war mal ein langes... Ne lange Tour. Okay, ich glaub, ich werd doch nochmal eben ganz kurz bleiben. Und die Gegner hier töten. Oh nein, sie beißt mich. Was ist im Afro-Man? Ich mach dich fertig. Und schon wieder keine Energie. Arm ab. Kopf ab. Geil. Und kabooms. Zack, schnappen wir unsere Waffe wieder. So, ich soll hier irgendwas suchen, aber... Erstmal wird gelootet. Ach, ich hab doch schon wieder nur keine Waffen. Was ist denn hier los? Ich glaub, ich hab alles weggeworfen. Aber egal, wir haben ja noch ein paar Waffen da. Die wir eben austauschen können. Wua! Wo kommt die... ...Tuse denn her? Mal eben rappen. Ja, scheiß drauf. Ich hab sowieso grad nichts was retten können. Da... Wie geil ich grad war, alles verloren habe. Das hab ich richtig geil gemacht. Was ist denn los, Alter? Jetzt kommen sie aber angelaufen. Aber nicht mit mich. Nicht mit mir. Nicht. So, ich hab doch grad noch was geiles gesehen, oder nicht? Da, ein Schlagring. Den werde ich mal... Den werde ich mal schön testen. Und irgendwo schreit schon wieder so ein Pisser rum. Aber nicht mit mir. Ja. Boxen! Oh Gott, verliebt man da schnell Energie. Aber sie gehen auch da und Pisser. Ich boxe euch alle weg, ey. Ich bin Mike Tyson. Ich bin Mike Bison und... Pisse euch ins Gehirn. Ich bin die Furie, Mann. Ich mach euch fertig. Ja, wer will sich mit mir anlegen? Wer will sich mit mir anlegen? Ja, keine Chance, Alter. Geil. Alles klar. Ich glaub, denen hab ich's gezeigt. Was los? Das war's. Das war's. Down. Und ich bumm sie auch noch weg. Arschstritt, ey. Was war das denn? Den hat's richtig weggebeamt. Geile Sache, ey. Ja, da kann ich wohl nicht ganz hoch. Aber ich wette hier, wo dieser Pisser grad rumschreit, da muss ich hin. Sie sind einfach überall. Überall. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Äh, kannst da nicht runterfallen was? Oh, was war das denn jetzt? Ich wollt doch gar nicht hier runter. Ich hab den übelsten Move gemacht. Alles klar. Ich boxe euch alle weg, ey. Auf jeden Fall ist hier schon eine fette Party gestiegen. Zu essen gab's auch. All you can eat. Was geht denn bei dem ab? Er droppt einen Lappen, weil er ein Lappen ist. So, ich weiß jetzt aber immer noch nicht ganz genau, wo ich hin muss. Hm. Da drüben sind noch Gegner. Bam. 500 in die Fresse geboxt, ey. Hat der mich grad mit irgendwas beworfen? Ja. Komm schon. Was ist denn los, ey? Aber nicht mit mir. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Ich muss hier zwar in diesem Scheiß grün bleiben. Aber irgendwie... Jetzt kann ich nicht mal mehr hüpfen. Aber irgendwie ist hier nicht gerade das... Was ich suche. Was ich suche. Aber so ein Kack-Zombin nehme ich immer mit. Oder er nimmt mich mit. Ich falle bis nach unten. Wo kommt er her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist los? Ich will nicht sterben. Und tritt dir die Fresse und ich hab überlebt, ey. Alter, wo kommen diese Pisser her? Nein, nein. Och Leute, das ist doch einfach scheiße. Ich will doch jetzt nur noch das finden, was ich suche. Und mich dann mal wieder... Ja, ein bisschen runterkommen, weil diese Pisser... Ich hab bei sowas immer richtig Schiss. Ah, damit hast du nicht gerechnet, Olle. Damit hat sie nicht gerechnet. Mal eben schnell wieder schnappen. Ja, geil. Und hier wäre jetzt auch eine Coke gewesen, dass ich wieder ein paar Leben bekomme. Nice. Er hat ein Nickerchen gemacht und ich mach ein schönes Level ab. So. Ich weiß es aber immer noch nicht ganz genau, wo ich hin muss. Sie schreien und sie sterben. Es geht hier gar nichts ab. Ich weiß nicht, wohin. Ach, vielleicht noch da oben. Ich laufe hier echt mal so richtig dolle planlos rum. Aber Alkohol nehme ich definitiv mit. Denn Alkohol tut dem Magen wohl. Was? Was laberst du? Was schlaberst du? Ha! Da ist noch was. Dann laufen wir mal zu dem hin. Ich hab dich ganz genau gehört. Alles klar. Ich glaub, hier musste ich hin. Leute, ich mach jetzt hier mal eben einen schnellen Cut. Wir sehen uns gleich beim nächsten Part. Nach dem Cut, Leute. Haut rein. Wir sehen uns. Ich lasse. Die K йote.